Ich bin der Meinung, dass die Humboldt Stiftung eine faszinierende Einrichtung ist. Ich bin auch der Meinung, dass ich der Humboldt Stiftung etwas zurückgeben muss. Für mein eigenes wissenschaftliches Leben die Humboldt Stiftung eine große Rolle gespielt hat. Und auf der anderen Seite finde ich es jetzt einfach eine gewaltige Herausforderung zu schauen, ob diese exzellente Wissenschaft zusammen mit dem Netzwerk auch eine Wirkung auf die größere Gesellschaft erreichen kann.